Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den ersten Deal vom Cyber Monday 2020. Der Cyber Monday hat gestartet und mit ihm viele, viele schöne Deals aus der Smart Home und Technik Welt. Und ganz vorneweg sind die kleinsten WLAN-Steckdosen der Welt am Start heute. Gosund hat endlich wieder auf die Dinger eine Rabattaktion gesetzt. Das war uns noch nicht mal beim Black Friday vergönnt. Deswegen, wenn ihr die Teile haben wollt, schlagt hier definitiv zu. Standardmäßig kosten die Dinger 24 Euro. Heute bekommt ihr sie für 19 Euro. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort gibt es selbstverständlich auch nochmal alle technischen Details. Wie immer natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben oder bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche so schnell wie möglich eure Fragen zu beantworten. Allerdings hier wirklich schnell sein, denn der Deal ist tatsächlich nur heute verfügbar. Von daher nutzt das aus, da schon über 70% derzeit reserviert sind von den WLAN-Steckdosen. Die EP2, die kleinsten WLAN-Steckdosen der Welt, kommen mit einigen super interessanten Features. Meine absoluten WLAN-Steckdosen derzeit, weil sie einfach unfassbar schick sind. Vom Design, minimalistisch, ohne Ende und von der Funktionalität einfach eine super breite Bandbreite haben. Da fängt es an natürlich einmal mit dem Plug-and-Play-System, was Gosund etabliert hat. Man kann die Dinger einfach in die Steckdose stecken und hat sie dann innerhalb von wenigen Sekunden eingerichtet. Das Ganze funktioniert über die Smart Life oder über die Gosund-App. Sehr, sehr positiv an der Stelle ist natürlich, dass sich sowohl in der Smart Life als auch in der Gosund-App die Steckdose wirklich optimal integriert und keine Funktionen auf der Stecke bleiben. Unter anderem habt ihr dann eine Energie-Monitorings-Funktion, das heißt, ihr könnt perfekt nachvollziehen, wie viel Strom die Geräte verbrauchen, die in der Steckdose stecken. Das Ganze könnt ihr innerhalb von Diagrammen nachlesen und könnt selbstverständlich auch über einen längeren Zeitraum da nochmal Nachforschungen anstellen in der App. Macht super viel Spaß. Und selbstverständlich könnt ihr die Steckdosen individuell programmieren, könnt Szenen erstellen und könnt sie dann mithilfe der Skills in euren Amazon Echo und Google Home einbinden, wo ihr sie selbstverständlich einmal mit Sprache steuern könnt. Von der Verarbeitung her sind die Steckdosen absolut top, muss man wirklich sagen, sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen natürlich hier der ganz große Vorteil an den Steckdosen-Copy, habt ihr jeweils einen Ein- und Ausschalter, dass ihr selbstverständlich die WLAN-Steckdose auch ohne App und ohne Sprache einmal ein- und ausschalten könnt. Das funktioniert ebenfalls sehr zuverlässig. Durch das minimalistische Design könnt ihr diese Steckdosen sogar perfekt in Mehrfachsteckdosen stecken und sie kommen sich nicht gegenseitig in die Quere. Das heißt, ihr verliert hier keinen Steckplatz, wenn ihr da mehrere von reinpackt. Von daher, super Empfehlung eigentlich für jeden, der eine smarte WLAN-Steckdose sucht. Wie gesagt, Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Heute könnt ihr 20% sparen, standardmäßig 24, heute 19 Euro für die kleinsten WLAN-Steckdosen der Welt von Gosund. Mehrfach ausgezeichnet mittlerweile und das finde ich zu Recht. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben oder bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche so schnell wie möglich auf eure Fragen zu antworten. Bis dahin würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr mir auf YouTube ein Abo dalasst. Gerne auch natürlich die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Macht's bis dahin gut, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.